hallo hier einen kleinen überblick über meine kleine waffensammlung jedenfalls im moment noch klein diese vier waffen wurden alle in einem einzelnen video bereits vorgestellt deswegen hier noch mal der gesamtüberblick für jemanden der die anderen nicht gesehen hat die anderen videos fangen wir hier oben an das ist eine eine rek python es ist ein rek python revolver mit sechs schuss 9 mm darunter haben wir eine walter p88 pistole mit zehn schussmagazin 9 mm dann kommt eine smith and wessen m&p 9c die hat momentan hier ein zwölf schussmagazin drin 9 mm es gibt aber eine magazinerweiterung bzw ein weiteres magazin das steht dann unten weiter raus und fast 15 schuss habe ich aber noch keins und zum schluss eine rek goliath das ist die kleinste 4 schuss 9 mm das ist momentan der stand meiner kleinen sammlung wer die anderen videos nicht gesehen hat insbesondere die schusztest mit den einzelnen waffen der sommer nachsehen in meinem kanal sind auch diese videos zu finden ja das wärs mal wieder erst mal und kann nur sagen viel spaß beim anschauen der gesamten videos bis dann mal tschüss